Julia Suite, die 12.003, hier haben wir die Toiletten, begehbare Dusche, Sitzecke und hier haben wir eine große Hügelmitte, zwei Liegen und noch zwei Sitzecken, wo man sich hinsetzen kann. Super schön eingerichtet, ich würde auf jeden Fall eine, nein, man hat eine andere Index-Losch, aber immer nicht mehr dabei. Das ist halt das Schöne, da können wir in den Folgeminuten eingehen.